Im südlichen Mitteleuropa hält sich am Wochenende weiterhin sehr warme Luft. So steigen die Temperaturen teilweise erneut über die 30 Grad Marke. Vor allem im Übergangsbereich zu etwas kühlerer Luft im Norden entwickeln sich einige Schauer oder Gewitter. Am Mittelmeer scheint häufig die Sonne, lediglich auf der iberischen Halbinsel zeigt sich das Wetter wechselhafter. Am Samstag kommt es vor allem im Norden und in der Mitte zu einigen Regengüssen. Örtlich entwickeln sich auch Gewitter, die teilweise auch kräftig ausfallen können. Im Süden ist es zunächst meist heiter bis wolkig und trocken, später steigt über die Mittelgebirgen und den Alpen das Gewitter Risiko an. Im Süden steigen die Temperaturen auf 28 bis 33 Grad, sonst werden 23 bis 27 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Sonntag ist es im Süden zunächst meist freundlich. Später entwickeln sich zum Teil kräftige Gewitter, die örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen können. Über der Mitte ist es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise gibt es Regengüsse, örtlich auch Gewitter. Auch über den Norden ziehen viele Wolken und es gibt einige Schauer. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad an den Küsten und 32 Grad an der Donau. Der Wind weht abseits der Gewitter schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.